Warum hab ich grundsätzlich keinen Strom? Denn, wir können jetzt hier unten zumachen. Und ich wollte eigentlich hier auch schauen, dass wir zumachen. So viel Zeit haben wir nämlich nicht mehr. Äh, wo ist das Ding? Da ist das Ding. Okay. Und ich wollte eigentlich auch ein paar Scharfschützen abziehen. Aber diese vereinzelten kleinen Villages of Doom, die sind echt super. So, okay. Es ist Tag 40. Ich würde sagen, wir ziehen uns zurück. Schluss mit lustig. Jetzt befestigen wir erst einmal das, was wir haben. Ach du Scheiße, ich komm da gar nicht rüber, weil hier die Map-Grenze ist. Das wird ja ein Spaß. Ich brauche Steine! Steine! Ich brauche Steine! Der Sniper ist bereit. Ihr Sniper, an Ihrem Service. Stimmste! Und so! Gut! Das sollte sicher sein. dann besetzen wir da doch einfach schon mal die Türmchen! Einfach falls wir es können. Das ist das deployed wirklich. Oh mein Gott. Äh, ach du Scheiße, hier im Süden ist noch alles offen, ne? Und hier müssen wir eigentlich auch noch zumachen. Weh, weh, weh. Nicht genug Material. Hä, wieso denn? Ach Gott, ich habe jetzt hier Steinmauern gebaut. Ja, egal. Was soll's, was soll's, was soll's. Äh. Sniper, alle Mann da hoch. Jeder geht in die Türme rein. Soldaten damit dazu. Alle Soldaten damit dazu, bitte. Ah ja, und ich wollte da oben einen Turm hinstellen. Hier, einfach nur, dass die, die Stelle da besser... ...bis er beschützt wird. So, ihr geht da rein. Ihr, vier geht da rein. Die kommen 100 pro wieder vom Norden. Was? Ja, die kommen 100 prozentig von Norden. Äh, alle waren raus. Alle Einheiten sofort in den Süden runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weißt du, was das heißt? Wir sind am Arsch. Ich bräuchte mehr Gold. Äh, Sekunde. Ich will mehr Steine haben. Gib mir Steine. Ja, Steine. Das ist ein einfacher Wall und nicht mal eine Zweier Mauer. Weißt du, das wird... Das wird bitter. Oh, das wird so bitter. Eieieiei. Äh, okay. Alle Mann da runter. Äh, die Soldaten... Die können da mal raus. Die Soldaten brauchen wir da unten nicht unbedingt. Die werden an anderer Stelle benötigt, falls es zu Übergriffen kommen sollte. Das Blöde ist halt, das sind immer pure Spitterwellen. Das ist das größte Problem dahinter. Wir können sie mal übertreiben. Boah, jetzt hätte ich fast Entfernen gedrückt. Weil ich es gerade so gewohnt war. Mein Gott. Ich hätte mir so einen Arsch gebissen dabei, ehrlich. Äh, wir bräuchten Wachtürme da unten. Oh, sogar Dieberliste feuert drauf. Ja, nice. Alter. Ja gut, das Reparieren macht jetzt wenig Sinn an der Stelle. So. Sekunde, weil ich es gerade sehe. Wir brauchen Strömen. So, okay, kann weitergehen. Äh, wo wollen die denn hin? Wo wollen die denn hin? Ihr kleinen Drecksäcke. Soldaten, sofort da rüber. Ja, genau. Ja, genau. Oh, ihr kleinen Hintervor... Weil sie merken, dass sie hier nicht durch können, weißt du? Alter. Alter. Willst du mich verarschen? Ich muss jetzt hier wirklich eine provisorische Verteidigungslinie aufziehen. Los, 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 los. Äh, Sniper sofort darüber. Wobei... Oh, wir haben es geschafft. Weißt du, jetzt... Jetzt habe ich... Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt erobern wir die Karte. Schluss mit lustig. Wir erobern jetzt Le Map. Ihr... Ihr könnt gleich mal nach oben. Schnauze. Units under attack. Weißt du, fängt er mir jetzt da an. Äh, wir brauchen Nahrung. Das heißt, nochmal so eine Marktplatz wäre sehr schön. Ja, ja. Pass auf. Äh, du kannst... Du kannst... Dann können wir gehen her und sagen... Und uns sagen... Was sagen wir denn? Ach, wir sind hier total ungesichert. Fällt mir gerade so nebenbei auf. Das ist aber kein Problem. Wir wollten ja hier sowieso weiterbauen. Ach, guck mal, die Stadt... Äh, das lassen wir mal als sekundäre Verteidigungslinie so stehen. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, ja. Das gefällt mir ganz gut so. Was wir machen könnten, wären jetzt natürlich noch so, so Dinger... Nein, wäre doch nicht. Anscheinend doch nicht. Äh. Machen wir hier weiter. Dann machen wir hier weiter und lassen hier so einen Gang frei. Kann ich noch den Marktplatz bauen? Den kann ich noch bauen. Wieso geht es da nicht hin? Weil wir zu nah sind. Das heißt, als nächstes ginge er daher. Weißt du, warum nicht? Nein, 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 nein. Mist, ich wollte keine Soldaten. So, ein paar Sniper habe ich da hochgeschickt, oder wie? Tatsache, drei Stück. Ja, dann ab in die Türme, ne? So, wie war das jetzt hier? Wir wollen Zeug erobern. Das nehmen wir alles mit. Äh, die Soldaten lassen wir mal hier. Wir haben halt nicht mehr so viel Zeit. Wir brauchen, ja, noch knapp 300, äh, Leute in der Kolonie. Rund 30 Tage bleiben uns noch. Das ist dann doch nicht so viel, ne? So, hier, gucke mal. Äh, euch müssen wir woanders hinpacken. Ihr seid im Weg. Ach, da lassen wir mal hier den Gang offen, würde ich sagen. Ja, der geht doch noch hin. Wie viele Seiten ihr setzt? Dritt. Ja, dann ab drauf. Äh, nee. Ja, wobei, da müssen sie eh nicht durch. Locking free access, oder was? Ach, ich baue da unten schon wieder in der, in der Nahrungszone. Sorry, sorry, sorry. Gerade gesehen. Wird behoben. Äh, halt. Ich lasse ich offen, weil da kommt... Kommt man da durch? Nee, da kommt man gar nicht durch. Krass. Äh, da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Geht da nix? Da geht nix. Okay. Ich hab keine Nahrung mehr. Hm. 100 Scharfschützen haben wir unterdessen ausgebildet. Das ist ja mal gar nicht so schlecht. Äh, echt jetzt? Oh, da gibt's Gold. Wir haben es denn jetzt geschafft, dass die Viecher jetzt von hinten wiederkommen. Das gibt's ja gar nicht. Ja, ja, in danger, das machen die schon. Okay. Strom fehlt auch. Alles fehlt. Und... Krieg ich da eigentlich so ein Ding hin? Oh ja, tatsächlich. Hoah, voll nice. Äh, was macht denn der da? Ähm, da haben wir noch was Schönes übersehen. Das können wir auch mal... Auslöschen. Wir löschen den ganzen Rest mal bitte aus. Wo kommen die her? Sind die da gespawnt oder was? Kleine Drecksvieh hier. Ja, ja. Sind ein bisschen viele. Hoppala. Ja, ja, war die schon. Äh, kein Problem. Äh, Schneider. Wo kommen die her? Was ist das? Gibt's doch nicht. 1756, jetzt komm. Wir haben's fast. Wir haben's fast. Ja, weil ich will die Soldaten nicht verlieren. Okay, alles cool. Alter, guck dir das an. Wo kommen die angekrochen? Das ist ja widerlich. Und er sprach, du bist widerlich. Und der Spitter spuckte und hobte. So, kann ich hier vielleicht noch irgendwo her? Darf ich hier auch noch irgendwo was hinsetzen? Ja, und hier so? Nein. Cool. Äh, ja. Können wir da gleich weitermachen. Hier, was ist da los? Das da oben wird niemals ausreichen. Geht sich ganz gut aus, ne? Da ist ein bisschen Platz brauche ich da oben, leider. Für die Abwehranlagen. Hilft ja nicht. So, mehr Scharfschützen. Viel, viel mehr Scharfschützen. Nur 111 Einheiten haben wir. Das kann nicht sein. Das kann nicht angehen. Ja, wir kümmern uns ja gerade drum. Warte, wie viele seid ihr? 32. Okay, das müsste reichen. Wenn's weniger wie 30 wären, hätte ich bedenken. Äh. Äh, 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 äh. Das sind wieder vier Stück. Die können wir da reinpacken. Ich pack nur da mit dazu. Da liegen irgendwo noch... Ah, da liegen Rohstoffe. Nahrung. Nice. Haben will. So, die Ecke ist jetzt soweit sauber. Sehr, sehr gut. Ja, die Ecke ist jetzt soweit sauber. Dann würde ich sagen, mach mal hier auch zu. So leid es mir um die Scharfschützen da oben auch tut, aber das hilft nicht. Sicher ist sicher. Wie viele haben wir denn da? Neun. 16 bräuchten wir. 16 Sniper bräuchte es. Oh, geil. Eisen. Wieso geht da nix? So, aber jetzt läuft's ja eigentlich schon mal ganz gut, ne? Eigentlich. Ich hab schon wieder keinen Strom mehr. Wird grad irgendwo noch ne Mühle gebaut? Ne, ne? Ne. Geil. Das ist mal wieder so typisch für mich. Es sind so Kleinigkeiten, weißt du... Da hab ich dann 100.000 andere Sachen im Kopf. Um die ich mich halt kümmere. Und dann übersehe ich so Kleinigkeiten. Die Units under attack. Oh, da ist auch nochmal einiges los. Es sind immer die Ecken. Oh nein, 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 nein. Du stirbst mir nicht. Du stirbst heute nicht. Du stirbst später. Ich bin nochmal gespannt, von wo das jetzt nächstes angreifen. Ich hoffe, Norden oder Süden. Okay, dann können wir hergehen und hier einmal diese Mauer wegreißen. Nein, den wollte ich nicht. Den wollte ich. So, dann machen wir hier mit unseren Fischerhütten weiter. Dann wäre das Nahrungsproblem auch mal wieder im Griff. Mehr oder weniger. Oh ja, da sehe ich ja auch gerade was Schönes, was Feines. Was kriegen wir denn da raus? Da ein Vierer. Und da unten ein Dreier. Sorry, Dude. Du musst da weg. Okay, äh, gilt das jetzt schon als... Für nicht alle Dörfer, das ist für DERBENS, für nicht alle Infizierten. Irgendwo müssen noch so kleine Scheißviecher rumlaufen. Ah, warum? Mist, das ist halt jetzt die Frage, ne? Kann ja eigentlich nur noch hier unten sein. Oh, perfekt. Äh, rauf da. Ihr Jungs in die Türme. Einen brauche ich, der da reingeht. Hä, passt ihr da nicht durch? Hätte mich jetzt auch sehr gewundert. So, die nochmal aufrüsten. Die nicht aufrüsten, weil kein Geld. Toll. Da ist nix. Wo sind die? Das gibt's doch nicht. Diese Drecksviecher. Irgendwo hüpfen sie noch rum und ich hab keine Ahnung wo. Das müssen aber wirklich nur ein oder zwei sein. So vereinzelte kleine Racker, die nicht wissen, wo ihr Platz ist. So, okay. Die Tower sind hier allesamt besetzt. Da haben wir noch sieben Scharfschützen übrig. Also, jetzt packen wir die auch noch dazu. Dann bauen wir uns da oben nämlich noch mehr so Steintürme. Die fand ich letztes Mal ganz gut. Die haben ja schon eine ordentliche Reichweite, eine ordentliche Power. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns von allen Seiten treffen werden. Und dass es eine reine Spitterarmee wird. Dann gönnen wir uns jetzt hier... Lassen wir mal auf 110 oder da 70. Dann wären wir da schon mal bei 170. So, okay. Ich glaube, wir können sie ganz gut brauchen und wir sollten trotzdem noch mal... Okay, warte. Die können weg. Und dann gönnen wir uns doch einfach hier nochmal eine Stadt. Wie ich immer einen versetze. So. Wo sind denn die Soldaten? Keine Ahnung, wo die Soldaten sind. Ach da. Okay. 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 Wie viele haben wir da oben? 13. Das wird nicht ausreichen. Ha! Sie können sich tatsächlich reinbacken. Voll geil. Okay, drei Stück bräuchte man noch da oben. So, dann werden die alle besetzt. Dann geht ihr mir mal an die Westmauern. Nur weil wir jetzt das Maximum, äh, das Ziel, das Missionsziel erreicht haben, was die, die Koloniebevölkerung angeht, heißt das ja nicht, dass wir aufhören müssen, Kolonisten zu, äh, ja, anzuwerben. Also, wenn es denn, wenn es gerade so gut läuft, dann sorgen wir doch dafür, dass es weiter so gut läuft. So, und Nahrung täten wir dann auch wieder brauchen tun. So, da hätten wir plus sieben, da hätten wir plus vier, und da plus vier, mach plus acht. Sehr, sehr schön. Da haben wir schon alles. Da bekäme ich eigentlich noch sowas da rein. Ja, mein Gott. Mehr geht nicht, weil schon wieder der Strom fehlt. Äh, okay. Tag 55. Jetzt müssen wir mal schauen, von wo das zu uns angreifen und dann entsprechend eine Verteidigung ganz schnell aufziehen. Das heißt, ich sollte jetzt vielleicht ausnahmsweise mal mit den Ressourcen sparsam sein. Äh, haben wir da oben noch eine Sniper-Truppe irgendwo rumstehen? Ne. Die sind hier oben alle verteilt. Sniper ist bereit. Äh, halt die zwei nicht, die bleiben da. Also, ein Angriff aus dem Süden könnte es wieder werden, ne? Hallo, Mauern. Aufnahme läuft nach, okay. Ist ja ziemlich ärgerlich, wenn einfach mal so die Aufnahme abbrechen würde. So, von hier drüben brauchen wir nix, weil da sind die zuständig. Hier ist soweit alles safe. Also, ich hoffe, dass da halt nix drin ist. Aber wir sind da schon fünfmal durchgelaufen. Und da war nix. Äh, die Framerate bricht ein. Was, was, warum? Warum? Das ist leicht beunruhigend. Wer willst du, mit dem Spannung? Äh, okay. Sniper ist bereit. Jetzt hier andauernd die, die Framerate ab und zu mal ruckelt. Ich glaube, ich muss gleich nochmal die Aufnahme abbrechen. Oder pausieren oder irgendwas machen. Osten heißt im Endeffekt, was? Die tauchen von hier auf. Wie schaut's mit unserer Baureichweite? Musst du genau jetzt speichern, Alter. Das nervt. Ah, unsere Baureichweite hier ist beschissen. Scheiße. Äh, das wird nicht reichen. Sorry, die vier da müssen weg. Äh, scharfschützen alle mal zurück. Wir bauen uns hier trotzdem sowas auf. Kommt schon, Jungs. Rein mit euch. Neun Stunden verbleiben. Okay, ich müssen mal alle da raus. So, einen schönen Dreierwall. Entschuldigung, building completed. Alles klar, jetzt scharfschützen da rein. Das Ding steht. Das heißt, wir bauen uns hier eine zweite Linie. Scheiße, die müssen wir jetzt da aufhalten, sonst sind wir tot. Ich hoffe halt, dass sie genau da hinlaufen und nicht da oben hinlaufen, weil dann haben wir ein Problem. Äh, wobei, Routenberechnung, die rennen immer direkt zum Hauptgebäude, ne? Und das sitzt hier. Und das heißt, scheiße, die treffen uns da. Au, 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 au. Bewegt euch. Ich würde auch gerade mal hergehen und... Die alle rausschmeißen. Sind immerhin 40 Scharfschützen. Ja, genau. Ach, du Scheiße. Jetzt verlieren wir hier einen Haufen Soldaten. Au, 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 au. Aber wir können sie wenigstens flankieren. Die Scheißviecher. Toll. Einfach mal sieben Scharfschützen verloren. Krass. Ja, ja, wir sehen's. Da ich mich so auf den Norden und den Westen konzentriert und den Süden, dass ich den Osten außer Acht gelassen habe, das war natürlich nicht so schlau. Sehr schön. Aber das funktioniert jetzt ganz gut. Sniper ist bereit. Sniper ist bereit. Okay, er, 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 der da nicht. Der da nicht. Ihr geht mal bitte wieder alle nach oben. Die muss ich jetzt wieder auf die Türme verteilen, dass die da oben stehen. Vier Soldaten. Das ist ja süß. Biss mal auf, die Soldaten packen wir mal zu unserer Kommandozentrale zurück. So gesehen brauchen wir sie nämlich nicht mehr. Die haben ausgedient, wie man so schön sagt. Gott, ruckel, ruckel, ruckel. Ich hoffe, dass die Aufnahme okay ist. Ich hab mit Shadowplay noch keine Langzeitaufnahmen getestet. Von dem her kann es passieren, dass der damit gar nicht zurechtkommt. Ist ja natürlich schon ein bisschen bitter. Okay, ich kriege da einen zweiten hin, ich kriege da keinen zweiten hin. Nein, nicht 33, ich will nur den einen da haben. So hätte ich fast alles wieder abgerissen. Gut, dann wieder ein bisschen strömen. Wann kommt die nächste Welle? Tag 61. Warte mal. Ah, für nicht alle Infizierten. Jetzt haben wir sie alle. Tag 61 wird noch nicht die letzte Welle. Ich hatte gerade so einen Gedanken, aber... Nein. Jetzt hab ich wieder Soldaten ausgebildet. Oder in Auftrag gegeben, sagen wir es mal so. Ich will Sniper. So, äh, ja, Jungs und Mädels, ne? Auf geht's. So, dann verteilt euch mal alle ganz fröhlich. So, die sind alle voll. Dann geht der Rest von euch bitte da oben rein. Vielleicht bauen wir da auch mal noch etwas mehr Tower auf. Äh, ja, nicht unbedingt an der Stelle, wo sie durchlaufen können. Sniper ist bereit. Gut, da wäre alles besetzt. Dann... Hä? Hä? Was? Wie? Jetzt schon? Willst du mich verarschen? Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich wahnsinnig. 24 Stunden. Das ist doch scheiße. Schau mal, ich hab im Süden überhaupt keine Verteidigung. Ich hab keine Verteidiger und nix da unten. Ah. Das wird mit... Alter, aber warum denn jetzt schon? Ende ist doch Tag 76. Das heißt, normalerweise müssten die Viecher dann Tag 74 oder so kommen. Oh, je. Die war dann... Dann achte ich schon. Das heißt, das dann... Das heißt, im Endeffekt muss ich sie hier unten nur mit Ballisten aufhalten. Sehr nett. Das wird ein bisschen bitter hier. Mehr Steine. Vor allem, hier muss ich auch noch was aufbauen. Oh Gott. Ist das... Das ist zum Heulen. Habe ich irgendwo Steine, die ich abreißen könnte gerade mal? Hier innen. Ich wollte es eigentlich stehen lassen, aber jetzt gerade brauchen wir das Zeug woanders dringender. Wir müssen hier eine Verteidigungslinie aufziehen, die dann hoffentlich auch hält. Ich habe kein Zeug mehr. So schön ist der Tag jetzt auch nicht, um zu sterben. Finde ich zumindest. Also das wird ein bisschen heftig hier, glaube ich. Vor allem... Wenn diese finale Horde... Wenn das nur Spitter sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weißt du, was hier dann abgeht? Weißt du, was schirdisch dann los ist? Die Hölle. Also das da oben, das sollte... Ah, 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 ah. Tower. Die Tower besitzen. Los, 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 los. Alarmstufe Rot We have incoming Scheiße Halt Verteidigungslinie Hä? Diese blöde Mauer steht noch nicht Wieso geht das noch nicht? Alter, willst du mich verarschen? So viele Mauern im gleichen Gebiet, ich glaub das Ich glaub es hackt Ich glaub es hackt Okay, Sniper verteilt euch Los, 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 los Bewegung Rutsch mal da runter Ja, 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 ja Sollen sie mal versuchen durchzubrechen Die kleinen Scheißer Oh mein Gott, das müssen nur die Ballistenregeln Da unten, ich hab keine Ahnung, wie das funktionieren soll Ich brauch Steine Mann, das Steineinkommen auf der Map ist echt scheiße Äh Alter Okay, die Sniper müssen ein bisschen weiter zurück Die sind in Feuerreich weiter Das ist nicht so gut Das da oben funktioniert super Guck dir das mal an Also die kommen absolut nicht durch Pass mal auf, dann macht man eine Planänderung Ihr alle Abziehen Und zwar Rennt ihr mir mal da hin Naja, da drinnen sind sie schon durch Äh, okay, scheiß drauf Scharpschätzen, ihr müsst euch vereinen Aber wenn wir eine sekundäre Verteidigungslinie hinter die wir uns zurückziehen könnten Oh nein Äh, das sind so tot Ja, die können es aber ganz gut halten, glaube ich Das da ist kritisch Drum schicke ich ja eigentlich gerade die ganzen Scharpschätzen weg Oh Oh, der Norden ist bereits frei Äh, ihr könnt euch auch mal zurückziehen Ich glaube Ja, wobei Ne, haltet die Position, das machen die anderen Jungs Die können jetzt auch noch dazu Der Osten ist auch sauber Oh, sie sind drin Los, 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 los Bewegt euch Bewegt euch Wir müssen sie aufhalten Jetzt arbeiten sie sich da hoch Ach, du Scheiße Ich will aber nicht so viel Zeug verlieren hier Das finde ich voll nicht cool So, okay Ähm Das kann alles weg Ich würde sagen, wir wählen alle Schnaiper aus Und sagen Feuer frei Warte, wo ist denn hier dieser Chase Befehl Äh Was ist denn der Chase Befehl Angriff Ne, warte mal Bewegen, anhalten, Stellung halten Verfolgen Viel Spaß Tötet sie Hier könnte man da rüber laufen Gerade, weil da auch noch ein Haufen Gegner sind Das Gemeine ist, wir können das Ganze über noch verlieren Eigentlich Mag vielleicht mal einer hier rüber gucken They are trying to break through Yes They are attacking the colony defenses So Okay Das war's Nice Gratulation Und du hast eine ertragreiche Kolonie errichtet Und zum den Einfluss des Imperiums gestärkt Ja, okay Multiplikator zu 100 Gefällt mir ganz gut Vom Schwierigkeitsgrad her Oh Gott Oh, Omikron Labor Das gefällt mir schon sehr, sehr gut hier Ein Schwarm mit 2640 Infizierten Äh Irgendjemand Es wurde ja Es wurde sich ja gewünscht Ich solle mal einen Schwarm auf Albtraum zeigen Das mache ich in der nächsten Folge Weißt du was, das mache ich in der nächsten Folge Ich mache jetzt hier erstmal einen Schnitt Das nächste Mal geht es weiter Da zeige ich einmal so einen Schwarm auf Albtraum Schwierigkeit Und danach hüpfen wir ins Krankenhaus Gamma Das müssen wir fertig machen Unbedingt Wir brauchen die Forschungspunkte Wir brauchen ganz, ganz dringend die Forschungspunkte Wir müssen schauen, dass wir weitere Technologien freischalten Unter anderem die Thanatas Weil sonst haben wir hier echt Schwierigkeiten Also in dem Sinne Danke fürs Zuschauen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Und Bis dahin Haltet die Ohren steif